Hallo liebe Anwender, im heutigen Video möchte ich Ihnen einen Überblick über die Bedienelemente der V3 Management Software geben. Die V3 Management Software ist von der Bedienung sehr einfach, weil wir uns an die Bedienerstandards von Microsoft Windows und Microsoft Office halten. Das bedeutet, wenn Sie oder Ihr Team sich bereits mit Office-Produkten wie beispielsweise Microsoft Word, Excel, Outlook oder sonstigen Programmen auskennen, werden Sie sich auch sehr schnell mit dieser V3 Management Software zurechtfinden. Der große Vorteil ist wirklich, wir bauen auch vorhandenes Wissen auf. Es gibt viele Programme, die haben eine eigene Benutzerstruktur. Das sieht manchmal toll aus, hat vielleicht tolle Effekte, ist aber in der Praxis oftmals sehr ineffizient. So, was haben wir denn? Wir haben auf der linken Seite ein Navigationsmenü, wo Sie hier zentral auf sämtliche Module darauf zugreifen können. Dieses Menü-Element hat auch hier eine praktische Suchfunktion. Wenn Sie beispielsweise hier oben einen Suchbegriff eingeben, die Statistik, dann finden Sie auch direkt hier die Statistik im Suchergebnis. Oder ich gebe ein beispielsweise Logbuch, L-O-G, und dann sind Sie direkt hier im Logbuch. Diese Suchfunktion ist deswegen auch praktisch, weil hier auch eigene Einträge hinzugefügt werden können. Sie können also beispielsweise eigene Listen anlegen, wo Sie alle Personen haben, die ein bestimmtes Merkmal haben, wie beispielsweise Reha-Patienten oder Kunden aus einem eigenen Ort. Und da können Sie beliebig viele Listen anlegen. Die erscheinen dann auch auf der linken Seite. Und dann können Sie diese Listen auch sehr, sehr schnell suchen, dank dieser Suchfunktion. Weil Sie diese Navigationsliste auch kann, die kann pro Benutzer- bzw. Benutzergruppe angepasst werden. Wenn Sie also Mitarbeiter haben, die jetzt beispielsweise keinen Zugriff haben sollen auf die Statistik oder auf das Mitgliedsabhugungsmodul oder auf das Mahnwesen, solche Sachen, dann kann das pro Benutzergruppe ausgeblendet werden. Sie haben also zehn Mitarbeiter, Sie ordnen dann diesen zehn Mitarbeiter, die Benutzergruppe Mitarbeiter zu und dann erscheinen diese Menüpunkte gar nicht. Diese Menüleiste können Sie zudem auch verstecken. Das ist hier ganz praktisch, Auto verborgen, wenn Sie beispielsweise einen kleinen Monitor haben, dann haben Sie hier die Möglichkeit, das klein zu machen, dass Sie für die eigentliche Arbeit noch eine größere Arbeitsfläche haben. Wenn Sie hier dann hinklicken, dann öffnet sich hier diese Navigationsleiste automatisch. Sie können diese Navigationsleiste auch nehmen, mit der Maus gedrückt halten und die nach rechts schieben. Das heißt, Sie können die auch nach rechts platzieren oder Sie können sie oben platzieren. Also Sie sind hier vom eigentlichen Standort, wo sich die Navigationsleiste befindet, können Sie komplett beliebig anpassen, so wie Sie es für richtig halten. Was auch sehr praktisch ist, Sie können das ganze Programm, auch wenn ich jetzt irgendwelche Datensätze geladen habe, ich lade hier mal Datensätze rein, beliebig vergrößern. Das können Sie hier rechts oben über das Pluszeichen machen oder Sie können auch die Taste Steuerung gedrückt halten und mit dem Mausrad können Sie die Software beliebig hoch und runter skalieren. Also das ist eigentlich auch eine sehr, sehr praktische Funktion, wenn ich beispielsweise einen sehr großen Monitor habe oder ich habe nicht so gute Augen, dann kann ich das so anpassen, dass es für mich gut lesbar ist. Das Schöne hierbei ist, dass die V3 Management Software sich das Pro Benutzer merkt. Das bedeutet, wenn ich mich hinsetze, habe ich vielleicht diese Größe, wenn sich jetzt ein Kollege hinsetzt, dann hat der den Monitor ein bisschen kleiner. Das hängt letztendlich immer vom Passwortschutz ab und dann kann man das auch entsprechend einstellen. So, das zum Thema Navigationsleiste links. Ich rufe jetzt mal ein Modul auf, hier sämtliche Personen und dann haben wir hier auch letztendlich so Bausteine wie die sogenannte Rippenbar. Die Rippenbar ist wirklich auch sehr praktisch, weil im Gegensatz zu früher müssen Sie nicht mehr suchen, wo sich bestimmte Menüpunkte befinden. Sie sehen hier sämtliche Menüpunkte direkt im Zugriff. Das bedeutet, angenommen Sie möchten einen Brief schreiben, dann gehe ich jetzt hier auf Brief schreiben und dann würde die Software automatisch alle Personen, die hier unten angezeigt werden, automatisch diesen Brief schreiben. Ich habe hier nur eine praktische Ansicht. Also solche Sachen kann ich direkt aufrufen oder ich möchte einen Excel-Export machen. Ich gehe auf Telefonieren, SMS senden. Also diese Rippenbar ist wirklich extrem praktisch, weil die kennt man, die ist bekannt von Microsoft Word und mit einem Mausklick haben Sie alle Funktionen direkt im Zugriff. Wenn Sie jetzt hingehen und sagen, Sie brauchen da bestimmte Funktionen nicht oder Sie möchten Funktionen aus Unterreitern nach vorne haben, dann lässt sie sich auch anpassen. Also diese Rippenbar lässt sich wirklich komplett so modifizieren, wie Sie selber es für richtig halten. Dazu klicke ich hier mit der rechten Maustaste auf einen freien Bereich und gehe hin und sage, Multifunktionsleiste anpassen. Dann öffnet sich hier ein kleines Menü und dann kann ich hier neue Einträge hinzufügen. Ich gehe beispielsweise hier jetzt auf Aktionen oder Kontaktieren. Wenn Sie zum Beispiel sagen, gut, okay, kontaktieren, brauche ich nicht. Ich schreibe keine Briefe oder ich schreibe keine E-Mails. Dann kann ich hier diesen Eintrag auswählen, klicke den Pfeil nach links, E-Mail senden genauso, Telefonat. Und jetzt ist das alles noch da und sobald ich hier jetzt auf OK klicke, sehen Sie, sind diese Menüpunkte weg. Also diese Rippenbar kann auch wirklich so angepasst werden, dass Sie hier wirklich nur das sehen, was für Sie konkret wichtig ist. Auch das ist wieder gekoppelt mit der Benutzergruppe. Das bedeutet, Sie als Chef können sagen, ich möchte alles hier haben. Die Mitarbeiter sollen aber keine Rechte haben. Die brauchen beispielsweise nicht die Möglichkeit, die Daten nach Excel zu exportieren. Und so können Sie es auch anpassen. Ich gehe wieder auf Multifunktionsleiste anpassen. Dann kann ich hier wieder das aufrufen. Und dann kann ich natürlich genauso, wie ich die Sachen entfernt habe, kann ich auch hier die Sachen hinzufügen. Wenn ich jetzt also sage, ich möchte doch Briefe schreiben oder sonstige Sachen, oder sonstige Sachen, Brief schreiben, dann kann ich das hier wieder ganz einfach, sehen Sie, hinzufügen. Genauso, wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt E-Mails senden, dann gehe ich das auch wieder auf hinzufügen. Hier oben hinzufügen, kann auch hier die Reihenfolge ändern. Wenn ich sagen möchte, ich möchte es jetzt hier oben haben oder nach unten schieben, dann kann ich auch das in die Position hinschieben, wo ich das möchte. Und wenn Sie jetzt hier auf diesen Bereich kontaktieren schauen, ich gehe auf OK, sehen Sie, dann hat er das entsprechend auch sofort angepasst. Also das ist wirklich auch eine sehr, sehr praktische Funktion, wo Sie die Software komplett individualisieren können. Auf der rechten Seite hier oben haben Sie noch einen kleinen Bereich, wo Sie häufig Benutzerfunktionen aufrufen können. Wir haben hier beispielsweise einen direkten Link zu unserem praktischen Videokanal, wo Sie auch die Videos direkt suchen können, wo Sie auch viele Einsteigerkurse haben, wie funktioniert das Check-in, wie schreibe ich eine Rechnung und so weiter. Das heißt, hier habe ich eine Vielzahl von Videos, auch mit einer Suchfunktion. Dann haben wir hier rechts davon auch so ein kleines Symbol für die Fernwartung. Das ist das sogenannte Teamführer-Symbol. Und da können wir uns bei Ihnen einloggen, nachdem Sie uns das erlaubt haben. Auch natürlich ein ganz wichtiger Punkt, die Daten befinden sich entweder bei Ihnen oder in der Cloud. Wir lassen Ihnen die Auswahl. Es gibt heutzutage viele Programme, die befinden sich nur noch in der Cloud. Cloud kann man machen, ist manchmal auch praktisch. Wir selber finden es nicht praktisch. Wir selber finden es richtig, dass Sie als Kunde die Wahl haben, wo sich Ihre Daten befinden. Das kann datenschutzrechtliche Gründe haben. Es kann auch Sicherheitsgründe haben, wenn Sie zum Beispiel sagen, okay, ich habe eine instabile Internetverbindung und ich möchte nicht arbeiten können, wenn ich keine Internetverbindung habe. oder Sie gehen hin und sagen, ja gut, was ist, wenn der Softwarehersteller nicht mehr existieren sollte. Dann haben Sie hier kein Problem. Bei einer Cloud-Anbieter, die wird Ihnen einfach abgeschaltet, inklusive Daten, inklusive der Software. Sie haben also von einer Sekunde zur anderen keinen Zugriff mehr. Dieses Problem haben Sie alle nicht. Und wir haben auch keinen Zugriff auf Ihre Daten. Wir haben einen Cloud-Anbieter, der hat ja einen Zugriff auf Ihre Daten, unter Umständen oder sehr wahrscheinlich. Und hier ist es so, wir locken uns ein über Teamführer. Sie müssen uns das jedes Mal erlauben. Hier habe ich hier die Benutzeranmeldung. Ich kann also ein Programm sperren, kann mich mit einem anderen Benutzernamen einloggen, mit anderen Rechten. Wenn ich also mal schnell rausgehe oder reingehe, kann ich hier das gleich machen. Diese Bereiche dienen dazu, dass ich hier die Software vergrößern und verkleinern kann. Und mit diesem Disketten-Symbol werden diese Werte gespeichert. Und wenn Sie sich vertan haben, Sie möchten die Originalgröße haben, dann klicken Sie hier auf diesen Button 100%. Und dann haben Sie die Originalgröße wieder. Hier rechts, dieses Zahnrad-Symbol ist ein ganz wichtiges Symbol, weil hier haben Sie bestimmte Einstellungen, wie die Konfiguration der Software. Sie sehen beispielsweise hier, wo ist die Datenbank gespeichert. Ganz wichtig, die Mandantendaten, wo Sie also eingeben können, wie heißt die Firma. Sie können Ihre eigene Bankverbindung hinterlegen. Sie können hier hinterlegen, so Sachen wie Konten. Sie können hinterlegen, die SMS-Daten, die Mahnstufen. Das Mahnwesen kann angepasst werden. Das sind lauter so Dinge, da gehen wir nochmal in einem separaten Video drauf ein. Also hier können Sie wirklich die komplette Software nochmal anpassen. Das finden Sie in diesem Zahnrad-Symbol. Auch befinden sich hier Dinge wie beispielsweise Mitarbeiterrechte, Gerätemanager, wenn Sie irgendwelche Hardware ansteuern möchten. Sie haben einen Schnittstellenmanager, wenn Sie beispielsweise Daten zum Enkassebüro senden möchten, wie PNO-Inkaso, dann finden Sie das alles hier unter diesem Schnittstellenmanager, wo Sie verschiedene Sachen aktivieren können. Sie haben hier Sachen, wo Sie die Rechte einstellen können, die Terminkalendereinstellungen, Uhrzeitbezogene Trainingsselten, Kasseneinstellungen. Also hier ist es wirklich sehr praktisch, weil Sie zentral an einer Stelle sämtliche Module haben, die Sie hier konfigurieren können. So, das war es auch schon mit diesem kurzen Video. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn ja, würden wir uns sehr über ein Like freuen. Bewerten Sie das Video, hoffentlich positiv. Empfehlen Sie es weiter. Und es gibt noch viele, viele weitere Videos, wo wir Ihnen sehr schön anschaulich darstellen, wie die V3 Management Software im Detail funktioniert. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen.